Was geht, Leute? Willkommen zu einem neuen Video. Heute haben wir vier der krassesten BVB-Spieler am Start. Und zwar machen wir eine Hochhalt-Challenge. Danke nochmal an EA Sports, dass das Ganze möglich gemacht wurde. Und ich würde sagen, Jaden, Torgen, Nico und Erling werden euch heute mit uns messen. Wir sind gespannt, wie das Ganze ausgeht. Viel Spaß! Let's go! So, wir machen die erste Challenge. Ein paar Keep-Ups. Fünf Maximum. Ja. Kamera. Let's go. Du sagst zwei, oder? Ja, ich sag zwei, aber danach musst du sagen. Ich habe vergessen. Okay, jetzt starten wir. Jetzt starten wir! Drei Zwei Zwei – Zwei – Zwei 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 Drugs Zwei Zwei kinda Se Finally Zwei 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 Was war das? 2 2 1 1 2 1 3 1 2 1 3 4 4 Was in the middle? No address 3 2 3 1 2 3 1 1 2 3 3 4 1 3 1 1 Come on! You know what I'm saying! Okay, he's out. I'm out now. He's in training like this as well? All the time he's playing. Oh, okay. 1 2 2 2 1 2 1 1 A little bit late, but it's okay. No, my friend! 3 2 1 My friend, you touched the ball! I'm out! 2 1 2 2 1 2 1 1 Come to us! 1 1 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2 2 2 3 1 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1